Guten Abend zusammen. Ich bin seit 22 Jahren hier in diesem schönen Land Pflegekraft. Ich habe mit Liebe, mit Herzen und Verstand und mit viel Freude viele von Ihren Angehörigen pflegen können. Ihre Oma, ihre Tante, ihre Onkel, ihre Opa. Auch Kinder mit Behinderung habe ich gepflegt. Ab dem 16. März 2022 stehe ich ihnen leider nicht mehr zur Verfügung. Und das bricht mir das Herzen. Aber mein Herzen sagt mir, wenn ich nachgebe und mich impfen lasse, wird ich kein Ende mehr haben. Danke.